ja dann ja ich gehe in die pete entweder sind es teppichgänger oder shortgänger teppich einer down ich gehe unter dem balkon andere war in der treppe oder wie ach so soweit schon einer kommt lang wunderschöne granaten hast du einen drop alles gut brauchst du nö ich hab ich werde mit meiner farmach zuerst mal weiterspielen farmst du sie jetzt weg bei dir ja nice nice ein molly das war schon wieder spaß einfach mal in die tür reingehalten ach ich nehme eine zweite flash mit weiß lustig ist bin ich weggekommen er kauft da nie ist die frage wohin denn hat er einen hit ein bisschen was die ging in der luft hoch er hat mich gesehen bisschen was ist gut gesagt was denn geht los er hat mich getastert der arsch das gibt money machen wir dann können wir machen ich bin ein bisschen geflasht von der gesamte situation nice zupenbinder ach komm der ist hier mit einer arfe der ist rechts von dir ich weiß und sie hat ihn gehittet das ging schnell ist ok kann man machen ja die die letzten zwei runden haben wir weggeschmissen muss man ehrlich sagen alles die hund neunzig und hundert Drei Jaja, natürlich, drei Dann bleibt da nicht mehr viel übrig für dich TBB-Zone, selbe Tactics nochmal Oder? Ne, diesmal laufe ich über Short Wo ist er? Äh, geradeaus Lad doch nicht so oft nach, Junge Der hat Angst Ich glaube, sie auch Der hat Angst zu weinen Letzter On-Spot Mit Schrotze Ist aber tot Hab nur sechs grandiose Hits gebraucht Den werfe ich jetzt ne Decoy übers Dach Eiskann Ah, ah, eiskalt Der eine hatte ein Ding 91 Ich geh weg So Mach doch die Schrotzen-Party auf Ja Lang Ja Okay Er wollte mich tasern, die Sau Solche Tricks Können wir auch, ne Sind die schön Kann man aber machen Zum Binnen Krieg die Glücksbombe Nee, der Glücks-Taser Uuuuh Ups, die war nix Ach komm, scheiße Nee, ich geh da Fuck 99 in zwei 99 Glücksballons Auf ihrem Weg zum Mord So, jetzt nicht wegchoken Achtung, close, links Nicht? No Sind beide lang Danke für saven Short, der andere Mach ihm mal ein bisschen Spaß Flash Hinter dir Ich smoke Wo ist er oben? Treppe, 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 Treppe Was hat er? Ob ich noch nicht, weiß ich nicht Die geht hoch Die macht Bumm Aber so richtig Bumm Nee Hey Junge Es gibt's nicht Dann hat er einen Diffuser dabei Okay Uncool Was hat er denn? Was hat er denn? All counter-terrorists win Ich habe aber auch heute eine Kopfschussrate zum Saugrauen, ne? Ja gut, ich habe mit Schrotze und MP gespielt, ne? Das war halt jetzt blöd. Beide mal gut vorn und dann werfen wir es weg. Ja.